Meine erste Armbanduhr habe ich von meinen Eltern zur Konfirmation bekommen. Es war eine Mechanikuhr aus Pforzheimer Fertigung. Seit dieser Zeit begeister ich mich von Mechanikuhren und alles was damit zu tun hat. Unsere Firma gibt es seit über 100 Jahren. Seit dieser Zeit fertigen wir hier in Pforzheim Uhren und Metalluhrbänder. Wir fertigen die Uhren in unseren Werkstätten aus einzelnen Komponenten bis zum fertigen Endprodukt. Wir setzen die Uhren zusammen, auf das Uhrwerk kommt das Zifferblatt, die Zeiger, das Ganze wird in das Gehäuse eingebaut, Aufzugswelle montiert und danach bekommt es eben noch das Gütesiegel made in Germany. Früher wurden in großen Stückzahlen Uhren produziert, als Massenprodukte. Heute achten wir auf Qualität. Aus diesem Grund gibt es uns noch. Unsere Uhren werden handwerklich gefertigt. Wir sind dadurch sehr hochwertig und haben eine entsprechende Qualität. Es sind Dinge versteckt, die man erst beim genauen Hinsehen entdeckt. Das heißt, bei uns findet jeder seine ganz persönliche Uhr. Das heißt, bei uns findet jeder eine ganz persönliche Uhr. Das heißt, bei uns findet jeder eine ganz persönliche Uhr. Das heißt, bei uns findet jeder eine ganz persönliche Uhr. Das heißt, bei uns findet jeder eine ganz persönliche Uhr. Das heißt, bei uns findet jeder eine ganz persönliche Uhr.